Na, super du 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 Alter, ich hab das schon mit ihm gemacht Kannst mich mal So, übelste Kombo-Ultra-Punkte, weißt du? Yay! Toll, äh, ja. Ähm, ja. Wieso dauert denn das so lange? Wieso haben wir denn so lange diesen Boden? Okay, das ist hier nicht. Dann machen wir das anders. Ah! Naja, wenn's weiter nicht ist, dann können wir nochmal rüberlaufen. Super. Hurra! Okay, an die Stelle konnte ich mich jetzt noch erinnern, aber ansonsten, äh, ja. Ach, das Spiel ist doch toll! Ach, ich bin grad glücklich. Der Endorphinausschuss bei mir ist gerade sehr hoch. Nie, wahr? Geht euch auch manchmal so? Postet es nur in den Kommentaren. Oh ja, Leute, postet es nur in den Kommentaren. So, den Typen haben wir ja schon grad Ziel erledigt. So, hier runter oder dort rein? Oh, hier ist immer ein Käfig. Oh, so. Ich muss noch mein Stuhl öffnen. Oh, ich muss noch mein Stuhl öffnen. Vom Stuhl, ja. Also, naja, wenn's weiter nicht ist. Geil. So, kann man hier irgendwie noch hoch? Nö. Drum auch. So, wie viele Levelpunkte haben wir denn? 72% ist aber scheiße. Noch 629 Punkte bis zum nächsten Bonus-Level. Und Rayman hat grad kurzzeitig seine Kontur verloren. Was ist das denn, bitte? Ja. So, hier ist alles voller Gras und Zeug und... Ja. Da gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. So, wie einfach war das denn, bitte? So, gibt's noch irgendeinen Button? Also dann, rüber da! Alter, wie lange ist das? Warum ruckelt die Kacke hier so rum? Wollt ihr mich rollen? Oh, nein! Kombo... Upsala! Ja, ja, halt dich mal schön fest, lieber. Nein! Oh, nein. Hallo? So, Mist. Scheiße. Muss ich mir die Kacke neu holen? Oh, doch. Genau, man kann also in dem Wasser nicht mehr sterben. Also, man kann schon sterben, aber es dauert halt ne Weile. Stehst du? So, wie geht denn das jetzt hier? Ich hab ja keine Ahnung. Geil, wie einfach die Käfige hier zugekommen sind. Ich muss noch zu meinem Tanzkurs gehen. Oh. Ist ja auch irgendwo was. Gut, mal schön ab. So, kann man hier in das Wasser... Oh! Oh, mein Gericht. Die Musik ist trotzdem geil. So. Okay, was ist hier für ne Party? Ach, du Scheiße. Was ist zum Tor? Irgendwas ist hier grad. Hast du gesehen? Da war ein roter Luchs. Was ruckelt denn jetzt hier so Scheiße, Mann? Verdammt nochmal. Hier gibt's wenigstens jetzt ne richtige Taste zum Abrollen. Was in den zwei ja nicht der Fall war, bekanntlich. Was will ich denn mit so viel? So, geh mal schön nach Hause. So. Wie geht? Mö, mö, mö. Mö, mö, mö. Ja klar, soll ich jetzt wieder da rüber gehen? Alter, du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen, Mann. Nummer 1 und... ...kackt mir in die Hose. Gott, Alter. Ach, du Scheiße. Ach so. Oh. Ah, die Leute da waren. Die waren alle schon gut. Hallo, ich werfe halt. Hallo, ich werfe halt. Ich hab dem schon... Hallo, wo geht's denn hier lang, bitte? Ups. Ups. So, ich hab den hier. Äh, ja. Ja, super. Hallo. Soll ich den jetzt hier machen? Oh. Oh. Was? Bitte. Ich weiß, dass ich die seitlich-gehen-Taste gedrückt halten sollte, aber... Warum ruckelt denn die ganze Scheiße hier so? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Besten Dank dafür, dass ihr so viel... ...leben rumliegt, wollte ich gerade sagen. 23 Prozent, Alter. Noch zwei... Hä? Krieg ich nicht erstmal einen neuen Bonuslevel, oder was? Ach, Leute, ne. Es ist zu schlimm hier. So. Aber die Musik ist toll. Was ist denn das hier eigentlich? Kackt der Wege, ich hab' nicht so gut. Oh. Da unten kann man gehen. Na, mir ist man ja auch nicht klein. Naja, die Punkte sind mir eigentlich auch relativ egal, wenn ich das mal so sagen darf. Es geht hier bloß erstmal darum, dass ich bitte... Oh, ich mach' schon gut hier. Oh, ich hab' nicht mehr so viel rumgeschossen. Sag mal, was ist das denn so für eine Kack-Kamera-Perspektive? Hier kann's nicht mal rollen. Der hat hier gerade noch was anvisiert. Was? Hey, jetzt ist aber gleich kein Wunsch. Was ist denn das hier? Nochmal bitte. Irgendwo da war so eine hässliche Spinnung. so es gibt es doch wohl überhaupt nicht ganz ruhig